Ich kann es kaum erwarten, auf die Party mit Josh zu gehen. Aber dafür muss ich was Gescheites einkaufen. Ein Badeanzug, das schaut schön aus und den nehme ich auch. Ich nehme einfach beide, ich probiere es zu Hause an. Ich würde gerne beide kaufen. Oh, beide schauen wunderschön. Die werden dir sicher super stehen. Ich werde sie mal einscannen. Vielen Dank, ich gebe sie schon mal in die Tasche. So, das macht jetzt 20 Euro bitte. Mit was möchtest du zahlen? Mit meiner Karte bitte. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, dass mich Josh in diesem Badeanzug sieht. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Und jetzt ab nach Hause. Ich bin so verliebt in Josh. Endlich wird mein Traum wahr. Und ich gehe mit ihm auf ein Date. Okay, eigentlich ist es ja eine Party, aber egal. So, ist der schön oder ist der besser? Ich weiß nicht. Was findet ihr besser? Den ersten oder den zweiten? Irgendwie finde ich den ersten süß. Ja, ich glaube, ich nehme den ersten. Oder was sagt ihr? Ich ziehe mein Outfit über meinen Badeanzug an und dann muss ich nur mein Outfit anziehen und ich bin schon mit Bikini. Mama, ich gehe jetzt. Wünsch mir Glück. Ich wollte dich eh noch fragen. Es sind doch Erwachsene dort, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, seine Eltern sind sicher zu Hause. Viel Spaß. Danke, Mama. Tschüss. Ach, ihre erste Party. Ach, Mia wird so schnell erwachsen. Aber warte mal. War diesen Samstag nicht noch irgendwas? Hm, nein. Ich muss mich wohl geirrt haben. Diesen Samstag war sicher gar nichts. Happy Birthday, meine liebe Tochter. So, alles ist vorbereitet. Jetzt müssen deine Freunde nur noch kommen. Danke, Mama. Es schaut wirklich schön aus. Danke. Bitte, bitte. Ich richte schon Getränke her. Josh hat seine Party genau an meinem Geburtstag gelegt. Ich wette, das hat er mit Absicht gemacht, damit niemand zu meinem Geburtstag kommt. Aber ich hoffe, wenigstens Mia kommt. Sie ist ja meine beste Freundin. La, 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 la. Oh, hallo Sarah, du bist ja auch hier. Ja klar, Josh hat die ganze Klasse eingeladen. Hallo Mia. Oh, du bist ja auch hier. Ich bin nämlich heute mit Josh auf ein Date. Was, wirklich? Aber du und Josh würden sich ein schönes Paar abgeben. Findest du wirklich? Danke. Die Kabinen sind frei. Du kannst dich jetzt umziehen gehen. Bis später. Habt Spaß. Oh, ich freue mich schon so. So, die Klamotten runter und fertig. Ich hoffe, Josh wird mein Badeanzug gefallen. Den habe ich extra nur für ihn gekauft. Okay, nicht nervös sein. Oh, da ist er ja. Hallo Josh. Voll die coole Party. Die Musik auch noch. Oh, hallo Mia, Schätzchen. Schön, dass du gekommen bist. Hier, nimm ein Glas. Ich habe etwas Alkohol hier. Komm, trink mit mir ein Schlückchen, meine Süße. Aber Josh, ich bin doch erst 15. Ich darf nicht trinken. Ach, gib bitte. Hier sind doch keine Erwachsenen. Wir können trinken, was wir wollen. Als Minderjähriger darf man kein Alkohol trinken. Und das will ich auch nicht. Aber danke trotzdem. Ach, das macht doch nichts. Mach dich ein bisschen locker. Tanzen wir. Wirklich? Ja, gerne. Na dann komm her. Ja, voll schön. Voll gut. Oh, ja. Lydia, schau mal, mit wem Josh tanzt. Er hat nur mit mir Schluss gemacht, weil er mit Mia zusammenkommen will. Ach, er will sicher nur mit dir zusammen sein, weil sie eine Prinzessin ist. Ja, das weiß ich selber. Aber diese Mia, das wird sie mir büßen. Es ist nämlich ihre Schuld, dass er mit mir Schluss gemacht hat. Und ich habe auch schon einen Plan. Du hast einen Plan? Was hast du vor? Komm schon, sag. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber wir helfen dir. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Kommt mit, Mädels. Ich warte jetzt schon eine Stunde. Ich glaube, es kommt wirklich niemand mehr. Und nicht mal, nicht mal Mia. Oh, meine Süße, es tut mir so leid. Aber vielleicht haben wir einfach alle nur Verspätung. Nein, die sind lieber alle zu Josh gegangen, zu seiner Party. Ich ruf mal die Mutter von der Mia an. Vielleicht weiß sie, was passiert ist. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so ein Streit, dass sie mir das antut. Gut, sie ist auch zur Josh-Party gegangen. Ich weiß es. Mia, du bist nicht mehr meine beste Freundin. Ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Danke, dass du mich zum Tanz aufgefordert hast. Das war so cool. Ja, ich weiß. Ich kann einfach saugut tanzen. Ich bin überperfekt in allem, was ich mache. Ja, das glaube ich dir. Na gut, Mia, magst du nicht? Vielleicht doch was trinken mit mir? Äh, nein. Danke, aber trotzdem. Aha, so wie es ausschaut, trink Prinzessin Mia Alkohol. Was? Woher kommen die jetzt? Äh, Paparazzis? Oh, Prinzessin Mia ist anscheinend verliebt. Ist das dein Freund? Äh, woher kommen sie? Komm schon, gib deinem Freund einen Bussi. Brauchst nicht schüchtern sein, Mia. Küss ihn. Komm, Mia, gib mir einen Kuss. Was? Nein, ich will nicht. Ach, komm schon. Mia und ihr Freund auf einer Party betrunken am Rumachen. Ich hab gesagt, ich will keinen Kuss. Und ich habe auch nichts von deinem Alkohol getrunken. Und lass mich in Ruhe. Oh, schau, wie wütend du betrunken, Mia ist. Komm schon, Mia, zeig uns. Ich muss weg hier. Lass mich in Ruhe. Ich muss schnell nach Hause. Hier ist eine Kabine frei. Zieh dich schnell um, bevor die Paparazzis kommen. Warum seid ihr so nett zu mir? Die Paparazzis hat sicher Josh gerufen. Er wollte nur mit dir zusammen sein, weil du berühmt bist. Schnell rein, bevor die Paparazzis kommen. Oh, vielen Dank. Ihr seid echt nett. Wenn sie wüsste. Psst. Paparazzis, kommt her, sie ist hier. Aha, wo ist Mia? Wo ist sie? Sie ist hier doch gar nicht. Wo ist die Prinzessin? Unsere Prinzessin ist hier. Bitte, hört auf, macht meine Bilder. Perfekt. Das kommt morgen in die Schlagzeilen. Überall wird eingefallen. Wir sind auch so. Bleib, bleib. Bitte hört auf, geht weg. Lass mich alle in Ruhe. Mia und ihr Freund nackt erwischt. Das stimmt nicht. Ich muss weg. Ich kann es nicht glauben, wie gemein Menschen sein können. Ich, ich will. Nanu, Mia, sie weint ja. Was ist denn passiert? Mia, meine Liebe, was ist denn los? Wieso weinst du? Oh Mama, diese Party. Ich hätte nicht hingehen sollen. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Bitte erzähl doch, was ist los? Okay, ich sag dir alles. Es wird alles gut werden. Komm, sag. Am Montag, dann in der Schule. Ich habe das ganze Wochenende geweint. Und ich habe versucht, Ina anzurufen. Und sie hat nicht abgehoben. Da kommt sie ja. Hier, Leute, nehmt doch das Magazin. Hier gibt es spicy Bilder von Mia. Warum schauen alle so komisch? Was sind das für Zeitschriften? Hallo, Mia. Schau mal, das ist für dich. Was? Ich bin in der Zeitung und... Was steht da? Was? Prinzessin Mia, betrunken? Aber ich habe nicht getrunken. Prinzessin Mia, betrunken am Küssen mit Boyfriend. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Prinzessin Mia, nackt. Das stimmt ja alles nicht. Das ist alles fake. Das ist gar nicht so passiert. Die lügen ja. Ich war dabei. Das ist alles genauso passiert, wie es in der Zeitung steht. Hier, Leute. Nehmt alle Zeitungen und liest über Mia. Das kann jetzt jeder lesen. Also das hätte ich von Mia nie gedacht. Ach, wie man sich in Menschen täuschen kann. Ich kann das nicht glauben. Oh Mann, Mia, wieso? Das war ich nicht. Das war alles nicht so. Du glaubst auch nur, weil du berühmt bist, kannst du dir jetzt alles erlauben. Nein, das geht gar nicht, Mia. Aber ich bin unschuldig. Ich muss weg. Ich brauche Ina. Oh Ina, es ist sowas Schreckliches passiert. Ich war auf der Party von Josh und auf einmal... Mia, du warst lieber auf der Party von Josh als auf meinem Geburtstag. Dein Geburtstag? Dein Geburtstag? Den habe ich komplett vergessen. Ich dachte, ich bin dir wichtiger als irgendein Typ. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Was? Mia, bitte. Bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Das werde ich dir nie wieder vergessen. Unsere Freundschaft ist gekündigt. Nein, Ina. Der Tag, der kann noch nicht schlimmer kommen. Ob Oma die News schon gehört hat? Oh, junges Fräulein. Die Königin erwartet sie. Danke, Hans-Petra. Oh Mann. Oh, junges Fräulein. Es wird alles gut. Danke, Petra, Petra. Ach, das arme Mädchen. Ja, sie wurde eindeutig reingelegt. Hallo, Oma. Ich muss dir etwas sagen. Du musst mir gar nichts sagen. Ich glaube, diese Bilder sagen mehr als tausend Worte. Aber das stimmt nicht, was sie schreiben. Das ist nicht so passiert. Ach, Mia. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wieso machst du sowas? Als erstes erzählst du Rüm, dass du eine Prinzessin bist. Und jetzt das. Bitte, Oma, Königin. Sie müssen mir glauben. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich lehne ab, dass du Prinzessin wirst. Ich muss das Königreich wohl abgeben an den Graf und die Gräfin. Wie du willst, Oma. Dann werde ich nicht Prinzessin. Wie kann ich mich in ein Mädchen nur so getäuscht haben? Ich dachte, sie ist perfekt für den Job. Ich glaube, sie sind ein bisschen übereifrig. Ich glaube nicht, dass sie so etwas tun würde. Äh, was, was meinen sie denn? Was würde sie nie tun? Sie wurde eindeutig reingelegt. Das ist doch eindeutig. Und sie wissen, dass die Zeitungen viele Lügen erzählen. Und mal abgesehen davon sind sie nicht nur die Königin, sondern sie sind auch ihre Oma. Vielleicht war ich wirklich zu streng mit ihr. Was soll ich tun? Wie kann ich es wieder gut machen? Verbringen sie mal einen Tag mit ihr. Und dann wissen sie, dann können sie ihren Charakter einschätzen, ob sie wirklich jemals so etwas tun würde oder nicht. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee, Philipp. Gute Idee. Mia! Mia, warte! Das ist ja Oma. Ah, Mia. So, ich habe mir überlegt, was ist, wenn wir mal einen schönen Tag gemeinsam verbringen? Hä? Einen Tag zusammen? Was willst du denn tun? Ich weiß nicht. Zeig dir mal die Stadt. Du bist ein normales Mädchen. Zeig mir, was ein normales Mädchen in dieser Stadt macht. Oh, wirklich? Sehr gerne. Na dann, machen wir uns auf den Weg. Wo bringst du mich denn hin, Mia? Was ist das für ein Ort? Das ist eine Spielhalle. Ich liebe es, hier zu spielen. Da spiele ich normalerweise immer mit Ina. So, so, eine Spielhalle. Okay, komm Oma. Was, hast du Lust, eine Runde mit mir zu spielen? Ähm, okay, gerne. Ich hole nur schnell ein paar Spielmünzen. So, dafür muss ich schnell zum Automaten und die Münzen holen und zurück. Ich habe ganz viele Choutons. Okay, und jetzt? Wir geben eine Münze rein und du nimmst einfach den Ball und wirfst ihn hin. Okay, so, so. Okay, ist das richtig so? Mache ich das richtig, meine Liebe? Oh, das Spiel ist ja schon zu Ende. Habe ich es gut gemacht? Ach, Oma, du hast einen neuen Rekord. Oh, wirklich? Ach, das war gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Du bist ja ein Naturtalent, Oma. Oh, wie cool. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist You Can Dance. Oh, ich liebe es zu tanzen. Na dann hier, wirf eine Münze rein und wir können starten. Okay, ich bin schon ganz aufgeregt. Oh Mann. Viel Glück, Oma. Okay, und jetzt? Ah, einfach zu diesen Dingen hin. So und so. Oh, das macht dir richtig Spaß. Oh, das macht Spaß. Oh Mann, das macht Spaß. Oh, schon zu Ende. Oma, wie beweglich du bist. Boah, die Alte hat sehr voll drauf, wie sie sich bewegen konnte. Nicht mal ich bin so gut. Na, das war lustig. Oh Mann, Oma, du bist ja in allem super. Was macht man damit, mein Kind? Was ist das für ein Spiel? Boah, pass auf, Oma. Sorry, du kleines Würstchen. Du schlägst mit dem Hammer einfach drauf. So, ich gebe eine Münze rein und wir fangen an. Okay, und jetzt? Ah, hier und da auch noch. Ah, dich erwische ich noch. Und hier und da. Oh, das macht Ur-Spaß. Oh, schon zu Ende? Schade. Das war ja lustig. Oma, ich bin richtig überrascht. Boah, die Alte hat ja volle Punktzahl. Die Alte ist die Königin. So, das war's auch schon. Hier, Kleiner, du kannst unsere Münzen haben. Oh, wie cool. Können wir teilen? Ja, gerne. Ich wünsche euch zwei kleinen Rotzlöffel viel Spaß. Mit der Ina mache ich auch immer gerne Picknicks. Ich hoffe, das wird dir auch gut gefallen. Oh, das wird es sicher. Hier, Oma, nimm eine Wassermelone. Du, Oma. Ja, was ist denn meine süße? Frag. Wie war Papa eigentlich so? Oh, dein Vater. Ist die Wassermelone nicht köstlich? Ich habe noch nie so eine gute gegessen. Also, dein Papa war ein netter Mensch. Super freundlich zu jedem. Genauso wie du bist. Wirklich? Sagst du das nicht nur so? Er war auch ein Dickkopf, so wie du. Oh, wirklich? Ich wünschte, ich hätte ihn kennengelernt. Ich weiß genau, wenn er noch leben würde, wäre er richtig stolz auf dich. Du wärst sein Ein und Alles gewesen. Oh, danke, Oma, dass du das sagst. Das macht mich wirklich glücklich. Komm, wie wär's? Gehen wir weiter? Schauen wir mal. Da drüben ist ein Stand. Was wird da verkauft? Was ist das denn? Hast du etwa noch nie Eiscreme gehabt? Als Königin isst man sowas halt nicht. Na dann, zwei Eiscreme bitte. Willkommen bei Ariels Eiscreme. Was für Sorten hätten Sie gerne? Also, ich hätte gerne Schokozitrone. Du, Oma? Oh, da ist ja so viel Auswahl. Ähm, bitte zweimal Erdbeer. Okay, also zweimal Erdbeer und einmal Schokozitrone. Oh, natürlich, kommt sofort. Ich als Ariel gebe natürlich gerne Erdbeeren aus. So, eins und zwei. Hier, bitteschön. Und als nächstes kommt Schokozitrone. Schokozitrone. Mh, Schokolade und Zitrone. Die perfekte Kombination. Vielen Dank. Hier bitte, 20 Euro. Oh, Geld. Ich liebe Geld. Mh, so kästlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir sollten uns auf den Weg nach Hause machen. Nanu, was ist das denn für ein Automat hier? Oh, das ist ein kleiner Fotoautomat. Der ist echt süß. Oh, ich will ein Foto von uns zwei haben. Okay, Oma, dann. Tschüss. Und wie ist das Foto geworden? Mein erstes Bild mit meiner Enkelin. Oh, was für eine schöne Erinnerung. Kann ich das bitte haben? Natürlich, Oma. Es sind ja vier oben. Danke, meine Liebe. Oh, wie süß. Oh, wir müssen uns ja noch ein Ticket kaufen. Ein Ticket? Für was ein Ticket? Da wir mit der U-Bahn nach Hause fahren, brauchen wir ein Ticket. Das ist kein Problem. Man drückt einfach hier drauf und es kommt ein Ticket. Und noch eins für dich. Wie interessant. Ich vergesse ab und zu, dass du eine Königin bist und nie mit der U-Bahn fährst. Und wohin gehen wir jetzt, meine Liebe? Ja, wir müssen zum Bahnsteig. Ach so, und hier fahren dann die U-Bahnen los. Interessant. Oh, unsere U-Bahn ist schon da. Schnell, schnell, schnell. Gerade noch erwischt. Perfekt. Oh, ganz gemütlich hier. Ja, ich liebe es, mit der U-Bahn zu fahren. Zugestiegen bitte. Fahrscheine. Oh Gott, mir ist übel. Ich muss kotzen. Oh, was meint dieser Herr? Was soll ich ihm geben? Geld? Nein, nein. Ich will nur ihr Fahrschein sehen. Schau, das, was sie in der Hand haben. Genau das hier. Es passt. Verzeihung, sie ist noch nie mit der U-Bahn gefahren. Ach, gar kein Problem. Irgendwann ist immer das erste Mal. Dein Fahrschein passt auch, meine Süße. Dankeschön. Ihr Ticket, bitteschön. Ähm, ich hab leider kein Ticket. Ich hab kein Geld. Also sind Sie eine Schwarzfahrerin? Das geht gar nicht. Dafür bekommen Sie eine Strafe. Aber meine Geldtasche wurde mir gestohlen. Oma, hilf doch den armen Mädchen irgendwie, bitte. Ähm, okay, ich überlege mir was. Die tut mir so leid. Wir müssen ihr helfen. Oh, junges Mädchen. Ich glaube, ich hab unabsiedlich vorhin deine Fahrkarte genommen. Sorry, wirklich. Meine Fahrkarte, was? Ja, ja, Herr Kontrolleur, das ist Ihre Fahrkarte. Das heißt, ich bin wohl die Schwarzfahrerin. Oh, dafür bekommen Sie eine sehr hohe Strafe. Und ich rufe die Polizei. Sie müssen natürlich Ihren Job machen. Geben Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Oh, natürlich. Na gut, dann schauen wir mal. Warte mal, Sie sind die Königin. Oh ja, hab ich das etwa nicht erwähnt? Ich bin die Königin vom Land. Oh, es tut mir reit, Frau Königin. Was? Die Königin? Sie bekommen natürlich keine Strafe. Ich glaube, das ist alles nur ein Missverständnis. Hier, bitteschön. Es tut mir leid. Oma, du hast es geschafft. Wie nett. Ja, ja. Du bist echt cool, Oma. Ich kann's nicht glauben. Die Königin hat mir geholfen. Ach, bitte. Bedank dich lieber bei mir. Oma, hör auf. Das war echt aufregend. Oma, ich hatte wirklich eine schöne Zeit mit dir. Mia, das müssen wir wirklich öfter machen. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Es ist schon spät. Ich muss nach Hause. Oh, du hast recht. Dann gute Nacht, Mia. Gute Nacht, Königin. Ich meine Oma. Nanu, so wie es sich anhört, hattet ihr zwei eine schöne Zeit miteinander. Schau mal, Philipp. Das ist Eiscreme. Hast du das schon mal probiert? Es ist köstlich. Ja, ich liebe Eiscreme. Lassen Sie Hans-Petra auch mal von der Eiscreme probieren. Hans-Petra, kosten Sie mal. Schoko, Zitrone. Ist köstlich. Mh, lecker. Oh, dieses Eis. Das will ich ja jeden Tag essen. Also morgen wird das fix als Dessert geben. Was sagt ihr? Oh ja, unbedingt. Ich war echt überrascht, wie cool eigentlich die Königin, also meine Oma ist. Wie hat euch diese Episode gefallen? Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich habe noch eine Neuigkeit. Ich habe einen eigenen Kanal. Er heißt Tokadarius. Habt ihr den schon abonniert? Dort habe ich schon drei Stories veröffentlicht. So, und jetzt bedanke ich mich bei all unseren Superfans. Danke dir. Anna Hoge, Avenger und Yuzar Errek irgendwas. Vielen lieben Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt. Und ein großes Dankeschön auch an unseren Kanalmitgliedern. Danke dir. Anime Girl, Marvin, Elif, Love und Likwado. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal unterstützt. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und wir grüßen euch in unserem nächsten Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020